Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Rückkehr zu Jahan anzunehmen bei Tal in Sanderbluff. An dieser Position ist der Windweiter Meister. Nun soll man einen Flug nach Crossroads nehmen. Ich weiß nicht, ob die Quest funktioniert, wenn man selbst hinläuft. Das würde extrem viel länger dauern. Ist das jetzt ein komischer Satz? Egal. Könnt euch aber 1 Silber und 10 Kupfer sparen. Ich werde den Flug nehmen und sobald ich im Landeanflug bin, werde ich mich wieder bei euch melden. Vorher der Hinweis, ihr bekommt ein Questleiter mit. Da einfach darauf achten, es nicht wegzuwerfen oder aus versehen auf die Bank zu legen. Denn um die Quest abzugeben, muss es im Inventar sein, soweit ich weiß. Bis gleich. Gleich bin ich auch schon gelandet. Nun darf man die Quest abgeben. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob man sie beobachten kann. Nein, nicht zum beobachten. Ok. Die Quest ist abzugeben bei Jahan Hawking im Brachland. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. It´s ok. Ende.